Hallo Julia, Ausbildung bei Hauchtechnik bedeutet für dich in einem familiären Umfeld arbeiten, vieles dazulernen und einen guten Einblick in alle Abteilungen zu bekommen. Was ist das Besondere an einem dualen Studium? An einem dualen Studium ist das Besondere, dass man sowohl Theorie als auch Praxiserfahrung bekommt und dabei auch Geld verdienen kann. Welche Vorteile siehst du darin für deine berufliche Zukunft? Das Studium BWL Industrie bietet mir viele verschiedene Möglichkeiten in sämtlichen Abteilungen des kaufmännischen Bereichs zu arbeiten und mit Praxiserfahrung hat man immer einen guten Start in der Firma. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht dich zu einer effizienten Lösungsmacherin? Ich lerne gern Neues, bin teamfähig und organisiert.